Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Rons of Magic Folge 2 meiner Aufnahmestation. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch nur 2 oder 3 Folgen werden heute. Reicht ja auch. Ich brauche nur 3 für eine Woche. Und wir machen gleich mal die Quests hier weiter. Es sind ja mehr als genug, die ich ja angenommen habe in der ersten Folge. Und diese werden wir jetzt Stück für Stück abarbeiten. Und ja, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich wollte mal ein Re-Live-Video machen, Ankündigung Let's Play Together mit Zuschauern oder anderen Let's Playern oder auch Fragen und Antworten für meine Let's Plays. Das habe ich schon aufgenommen heute. Das werde ich versuchen auch noch heute hochzuladen, wenn ich es schaffe. Ich hoffe es, dass ich das noch schaffe. Und ja, das wollte ich mal nur so als Träne-Info mit reinbringen in das Video. Und, warum hat ich das Vieh? Hallo, du sollst dich angreifen. Mann, bist du so doof. Ich wollte schon mal eine Info vorweg sagen, hier im Video, dass ihr Bescheid wisst, dass da ein Re-Live-Video kommen wird. Vielleicht ist es auch schon oben, wenn ihr diese Folge seht und das hört, dass ich das ankündige. Ich glaube, das wird so raus, bis dahin. Und ja, wir wollen mal einfach weiter mit Quest, mein Quest, oh, mein Hals. Ist halt meine Stimme leicht rau, gar nicht gut. Ich muss dann auch zwei Teile von Iron aufnehmen. Dann muss meine Stimme aushalten noch dafür. Ich denke mal, das wird schon passen. Hallo, Leute, das Schwein, komm her. Du, Drecksau. Bäm. Äh, hallo? Wo hast du mal so, du Sau? Du sollst darauf einbrügeln und nicht zurücklaufen. Fantasy Freak. Meine Güte. So. Uh, trank. Trank, schnell. Mist, abgängst, halt. Nimmst du hier. Na, hallo? Wollt ihr mal zurück? Gott, hab ich noch mehr gepult. Was geht ab? Jetzt hab ich alle gepult, ja, was? So ist noch du, komm her. Gott, ey, treffe ich alle auf einmal an hier. Lass mir gar keine Zeit zum Reden, wow. Damit ist rückgestoßen, die Sau. So, du noch, komm her, auf den Meter, komm heran. Keine Chance. Scheiße, das ist das nächste. Mist. Kommt ihr alle her. Kommt, hab ich ein Fertigschutz, das nächste gespawnt und pulle ich gleich immer. Das ist natürlich Mist, weil ich möchte mal das Fick einsammeln. Gut. So. Mal einsammeln. Das und das. Das und das. Uh, schnell raus hier. So. Gott, sind die alle aggro. Gut, dann gebe ich das schon mal hier ab. Mit den, äh, Schweinen. So. Ich will die Schweine auf all die Quest. So, abgeben. Hm. Nehme ich mal die. Dankeschön. Äh, mutierte Wölfe. Wie viele Brust, dann noch vier Stück. Alles klar. Dann nehme ich auch gleich den hier als erstes. Der zweite. Hab schon mal die Hälfte. Das ist mal Verein hier. Teilt ihr nichts aus. Was siehst du von mir? Mach mich nicht blöd von der Seite an. So. Gut. Jetzt hab ich achte, ich brauch noch zwei. Dahin ist noch einer. Das ist jetzt einzeln. Das ist sehr gut. Dann sind alle auf einmal kommen hier. Ich bin nicht wohl die Tatschen gefähigt. Ich kann immer nur mit Einkämpfen. Hehe. Ich bin doch heute sehr gut drauf, der Herr. Die gute Laune und das gute, äh, das doofe Gelaber heute. Dass ihr euch nicht wundert. Also ich hätte hier nur ein Laber von Scheiß und von Müll. Äh, Schweine, Schweine, Schweine. Wo ist noch Wolf? Ich bin der König der Welt. Oh Gott. Ja, ja, ich brauch auch einen Wolf. Ich nehm mal den hier, glaub ich. So, nehm ich den mal. Ähm, jetzt hab ich gleich jetzt im Wildschwein gepult. Nicht so gut. Weil, wenn das einmal mich so wegstößt, sei mal, dass ich schon damit, äh, Damage, was er macht. Ah, da. Gott. Der hat gerade nicht reagiert. Drank, danke. 87, 150, 150. Ich hab so viele davon. Das ist einst der, wow, Problem. Äh, du auch schloch. Komm ran, ey. So. Mein, 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 ich bin da, muss ja auch schon fast voll sein. Gut. Ah, nein. Dann haben wir ran auf den Meter. Was ich halt auch platt. Dich hätte ich zwar leben lassen können, aber du willst es ja nicht anders. Komm her. Komm her. Ein aus dem Maul, zwei aus dem Maul, drei Schläge. Oh, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Jetzt hab ich verzehentlich die 4 gedrückt. War falsch. Ich brauchte keinen Trank. Aber ich drück auf Trank. So, Mist. Wah, Bäm. Gute Nacht. So. Jetzt. So, Jakob. Jakob. Bruder, Jakob. Bruder, Jakob. So. Erledigt. Perfekt. Hab ich doch besser was geschafft. Auch wenn es nur zwei Quests waren. Ein paar Abgebequests. Und Quests annehmen für diese Folgen. Aber das ist ja schon mal gut. Wer bist du? Katrinas bester Gehilfe. Gut gesagt. Du bist Katrinas. Sende Katrinas. Aha. Stufe 14, wie ich. Cool. So. Die Zeit sagt 8 Minuten. Naja, da kann ich eigentlich die Folge auch schon beenden. Und noch ein bisschen reden. Da macht man jetzt nicht weiter mit Quests. Das lohnt sich nicht mehr, glaube ich. Und ja. Wie gesagt. Ein Real Life Video folgt. Wahrscheinlich ist es schon draußen. Wenn ihr die Folge seht. Und ja. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder per PN Nachricht. Was ihr davon haltet. Was ich euch da so erzähle. Oder was ihr gerne mal als Let's Play sehen wollt. Von mir. Oder mitmachen wollt. Als Let's Play Together. Ich würde mich sehr freuen. Über viel Feedback. Und viele Kommis von euch. Wie immer. Und ja. Weil ich habe wirklich gemerkt, dass Let's Play Together's ehrlich schaut werden als Singleplayer Let's Plays. Das habe ich schon bei einigen gesehen. Zum Beispiel Sarasa oder Kronk oder Sarge und Rumpel. Ich glaube die Namen sagen jeden etwas. So die großen Let's Player. Und ja. Deswegen will ich auch versuchen Let's Play Together's zu machen. Gut. Da beende ich die Folge für jetzt. Meine kleine Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahmesession. Let's Play Wands of Magic wieder. Bis dahin sage ich. Ciao mit V. Euer LP Gamer Steffen. Und Fantasy Freak. Selbe Welle. Selbe Stelle. Wie immer. Ciao. Bye. Bye.